und willkommen bei minecraft ich wollte in den part ein sound ding einfügen aber es ging irgendwie nicht warum ich habe immer noch kein pfeil und mods installiert so richtig aber egal dann machen wir halt noch mit dem standard sound dings bums da und bauen jetzt erst mal unser haus fertig muss alles zurecht nun mein schreibtisch ist ein bisschen okay das war eine tasse dieses klingen ja genau wir waren dabei das haus zu bauen ja zeitlich kippen ist noch in zack 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 weg mit dem scheiß zack 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 weg mit dem scheiß weg mit dem scheiß weg mit dem scheiß holz weg mit dem scheiß holz wir haben keine ex der gehen wir einfach zur truhe hin und holen uns welche ja wir craften uns ein paar stickies und dann scheiße wir haben keine kabel sonst mehr wir brauchen jetzt dafür ein bisschen eisen aber wir haben keine eisen mehr dabei deswegen brauchen wir hier was aus dem ofen wo ist das eisen was wir gebraten haben ist es hier drin es läutet bei mir habe ich gehe nicht dran also ich gehe nicht ich mache nicht auf jetzt machen wir solche scheiß hausierer bei uns zu hause verdammten hausierer wir wollen etwas kaufen wollen nicht so offen macht andere jetzt auf ich will es nicht aufmachen weil ich hier gerade offen 123 123 ok die müssen für die axt reichen jetzt holen muss ein oder zwei äxte stimmt ja sagt und sagt eisen axt und weiter geht's ich nehme ein bisschen holz mit sich nehmen ein bisschen holz mit das ist nicht so langweilig wie scheint aber es ist so ich nehme es ein bisschen holz mit holz 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 weil wir noch keins haben nämlich einfach mit 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 hoffentlich reichen die steine wenn ich werde es ungünstig dann muss ich ein bisschen schauen wie ich das machen werde hier ein paar steine und da und dann machen wir es hier noch nicht nein so dann dort sagt 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 hier dann noch hier kommt wollen wir ja noch fenster ein tun dazu brauchen wir sand sagt sagt und ja hier brauchen wir keine fenster hier sind die ölfarbe die werden wir später ehre abreißen hier noch ein bisschen so da können wir fenster hin machen bei diesen lücken schauen wir uns uns mal von außen an ja sieht sehr sehr beeindruckend aus setzte best building ever bild in minecraft das wollten wir auch hier wir wollten uns glas herstellen dann müssen wir einfach sand braten und ja das name auch genug was können wir mit den sachen jetzt machen im schießpulver bräuchten wir mehr um tnt herzustellen im fall kann ich eigentlich mit dem anderen stack vermischen und das ist der einzige pfeil den wir haben also ist ein abfall ich habe die zahl nicht gesehen glaube ich wir können uns den bogen kraft und damit den zombies pfeil ins knie schießen die ranken nehme ich jetzt auch mit ja ich glaube das wäre ganz lustig dafür brauchen wir die strings wo haben wir die denn sind hier 123 jetzt muss ich noch herausfinden wie man einen bogen kraft ist ich vergesse es leider ständig ich glaube es ist so vielleicht sind die strings hier hey cool passt sogar beim ersten versuch habe ich noch nie gehabt okay so jetzt haben wir einen bogen damit kann man ausschießen ausholen und schießen also die nacht langsam kommt schon glas schneller so muss muss an den kraften table 123191 zweites glas sieper mit den texture packs sehr schlecht muss ich zugeben und ich habe ein glas ding falsch platziert scheiße zack 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 so kann man pennen nein noch nicht okay dann können wir das hier abreißen ja sieht bis jetzt ja sieht doch ganz fein aus bis auf diesen drei stapel ofen da den wir einfach hin geklatscht haben jetzt aber ich sollte nicht mit dem glas pin gehen in der hand so spitzhacken spitzhacken kann man nicht platzieren so ich baue mal das bett ab jetzt aber sonne wie schnell unter sonne na wie geht es uns denn so ich könnte die fenster später noch größer machen ja passt eigentlich momentan für uns das erste ist zu hause dann plötzlich mal die ranken hier hier ist doch was oder ich höre da schritte sind das meine das müssten meine seine gehen noch ein bisschen die wachsen dann von alleine und durch wo schon durch wo man dann alles das sieht dann richtig cool aus besonders wenn man das im dschungel biome baut sieht es richtig geil aus das holz naja er hat jemand sein holz verloren und dann diese wand noch voll diese schritte von mir machen mich ganz nervös okay die wachsen dann später jetzt soll man ein bisschen die landschaft ein bisschen ebenen dafür brauchen wir erde haben die erde ich will in diesem party auch noch ein bisschen die landschaft erkunden und so das machen wir auch schon noch ja ich beziehe mal hier ein bisschen erde damit das ganze nicht so auf einem hügel da steht oder das ist irgendwie ne ihr wisst schon ausgliedene sagt sagt jetzt müssen uns einfallen lassen ich glaube den sehen muss ich ein bisschen niedriger machen dann muss ich das ja so mache ich das jetzt einfach mal nein hätte ob sich täuschen irgendwie gerade keine ahnung kann auch sein dass ich mir nur eingebildet habe ja genau hier müssen wir auch noch zu machen nicht dass wir dann einen alten drehers elzholz strand haben wieder grund sowas mag ich nicht so außerdem werden wir jetzt unsere erde gut los die brauchen wir eh nur um die landschaft ein bisschen zu formeln anders braucht man erde gar nicht so ich glaube ich das schon ein bisschen vielleicht sollte man auch das ganze weg gruppen und das ganze um eins niederer machen dann würde es auch vom dach hier passen nehmen wir das dach hier eins höher da können auch die fenster größer bauen muss ich mir nur überlegen wir wollen jetzt mal ein bisschen erkunden ich glaube das mache ich jetzt gleich schmeißen wir mal alles rein in die truhe wisst ihr was das hier habe ich die truhe hallo wüssten die wo liegt die da noch rum truhe nein 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 will truhe haben nicht äpfel adresse scheiße sagt die blödsinn jetzt hier sagt jetzt haben wir schön den anderen so jetzt sind sie nicht immer so getrennt und sonne ihr wisst schon sieht auch nicht so besonders gut aus wenn da auf 1.000 ruhen darum liegen so haben alles wie ist hier ja gut glas haben jetzt genug damit könnten wir 13 häuser bauen jetzt müssen übertrieben 13 doch ein bisschen schon wir machen ja nur glas scherben ok da manchmal die ziegel zu briggs dann kriegen wir ins deck frei sagt und ich glaube ich brauche mal noch eine neue truhe oder wir könnten auch unser lager häuschen fertig bauen das ja wir müssen halt noch die obere ebene machen du kannst du nachschlafen was mache ich da so also am nächsten tag machen wir dann die höhenerkundung dann werden auch diese zwei schwerte los diese die jetzt vollkommen verbraucht sind acht schüsseln haben wir naja ok ich mache mir jetzt ein bisschen bretter zack 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 1 2 3 1 2 1 2 1 2 so ein paar truhen hier allerdings platziert die jetzt nicht hier sondern hier damit man sie auch langsam mal einsetzen dieses diesen keller so er beleuchtet ist alles kann ich kann nichts bauen ich mache mir immer sorgen dass sie was bauen könnte so ok ich sag immer so ok irgendwie aber warum haben wir noch ein bisschen leben das kann man auch noch beraten er der haben wir noch ein bisschen die rosen können wir zur dekoration verwenden ein stock haben wir dann können wir voll viel machen wir können das damit ein schwert klopfen dem monster stein ich tue mal alles was wir nicht brauchen ist was wir überhaupt noch nicht brauchen was wir uns aufheben sollten tue ich mal unten rein in die truhe hinten beutel bauen wir nicht feuer stein ist auch noch neben sache knochen naja die ranken nehme ich mit spinnenaugen fall tür pilze die können wir noch ein paar pilze her holen also ein paar riesen pilze wenn wir zeit haben ich glaube ich kann mir mit ich glaube ich mache mir ein bisschen schick mit ein paar löschen löschen so haben wir ein rosiges zu hause knochenbruch zum arzt schmeißen alles rein so bin ich mit stein das nehme ich auch noch mit es laub auch ein stein treffe genau so dass da die ganzen werkzeuge nehme ich mit die pfeile auch wie lange nehme ich eigentlich auf ich schätze mal zehn minuten ja ich meine jetzt bis 20 uhr auf ist es gerade 20 vor 20 vor 20 ist gerade lustige uhrzeit 20 vor 20 ich glaube die öfen kann ich jetzt abbauen zumindest den unteren ofen und den hier dann platzieren wir den woanders weil wie sieht denn das aus sie sieht aus wie ein paar aufgestapelte offen ein baue ich hier und ich glaube den anderen plötzlich unten sagt ok passt schon ich habe mir immer viel zu viel sorgen wie das aussehen könnte und so oder was die mann kommt was ich mache ja er wir haben noch daraus können wir uns allerdings nichts braucht weil ich momentan machen wir können ein bisschen weg kann man ja bald wird nachts wir haben aber noch noch zeit haben wir noch wo ist eine schaufel die ist eine schaufel so bauen wir den ersten mal zum strand hin da wisst du was ich baue einfach diesen erzdings da als mehr diese erdebene komplett weg ungefähr bis hier hin wir können es ja noch weiter entfernen wenn man lust drauf haben ja und es ist mein kopf wir brauchen halt zeit in diesem spiel so wenn wenn der tag vorbei ist dann starte ich am nächsten paar nächsten paar der im nächsten tag die erkundung und wir schauen ein bisschen was unsere umgebung alles wächst und gedeiht oder was wir alles finden und so ja jetzt brauchen wir die ganze erde wieder ab die wir gerade erzählt haben vor sieben acht minuten ja ich mache es ungefähr bis hier hin damit wir die das ding platzieren können in kies momentan läuft morrow wenn sie das pass die lautstärke eigentlich ja nicht passt ja sehr schön im letzten part war es ja ein bisschen laut deswegen mal ich mir jetzt ein bisschen sorgen das ist nicht das ist jetzt wieder los ist ich baue es mit vielen moment alles wird unscharf ich habe gestern mod installiert der das war ein schäfer mod anscheinend ist es dieser motto alles so scharf wird ist mir gar nicht aufgefallen kann auch sein dass es mir ein bildet wird es in der aufnahme ja dann sehen ja es wird alles schärfe sieht unscharf das ist es ja ich habe diesen schäfer mod drauf ich habe allerdings gedacht das wäre der schatten mod ja gut den wollte ich dazu drauf haben so zwingend aber nun gut und jetzt haben wir den halt drauf das soll den link werde ich euch einfach in die beschreibung packen so was habe ich echt ein mod installiert und ich habe es nicht gemerkt ich habe den falschen mod ist auch lustig ja gut das sollte passen wird es nacht ja es wird langsam nacht genau wieder in unser zuhause du kannst ja nachts schlafen ich will aber nur nachts schlafen ich will tags schlafen da schlafe ich auch manchmal wenn ich erschöpft bin oder so ne verdammt immer mit werkzeugen ausgerüstet pen oder mit einem schwert wäre es am idealsten ich will pennen du verdammt guten morgen so starten wir einfach mal die erkundung haben wir den bogen dabei falls uns irgendetwas passieren sollte erstmal als unnützige ablegen den bogen mitnehmen und bisschen holz ich nehme mal hier ein halbes deck mit den bogen haben unten oder haben den da ist okay dann habe ich gar nicht gesehen so klopfen uns erstmal ein boot das würde uns zum akuten bilden nützlich sein botilein nimm das einfach mal mit was soll es zack zack ähm pflanzen wir es einfach wieder so sind auch losgeworden jetzt genau dann platzieren wir das boot einfach mal dorthin nein boti boti ich bin nicht sauer auf dich ich bin nicht sauer auf dich wenn du jetzt her kommst nein nicht gegen das seerosenblatt sonst gehst du kaputt wir hätten uns vielleicht noch ein kompass mit dem sollen aber egal komm machen wir es einfach mal ohne kompass wir werden uns schon nicht verirren ein paar später ich habe mich verlaufen ok und jetzt hallo ihr kühlein ein boot ist kaputt gegangen weil es gegen eine seerose gekracht ist was ist das für ein spiel nein ich bin nicht wütend ich werde jetzt nichts grantig nein 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 quer auf dem einfach ein neues so 1 2 1 2 1 so äh mitnehmen 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 zack und jetzt mal diesmal ohne gegen eine seerose zu krachen ich glaube ich markiere mal ein paar punkte hier das kann man sich gut merken muss auf die seerosen aufpassen das ist gefahr für mein boot hier ist ein schnee biome überall schnee biome in der umgebung da habe ich mir echt eine falsche map generieren lassen aber gut ich habe mich auch verändern hier scheint ein ozean zu sein hier erstellt sich gar kein neuer biome in der ocean ja hier ist ein ozean biome hier sind ein paar tätenfische die könnten vielleicht ich probiere es mal hä wo ist mein boot das gibt es auch nicht da werden wir mal ein bisschen was probieren und dann oh mein boot ist kaputt was ist hier unten eigentlich wir hätten vielleicht einmal mitnehmen können da hätten wir ein bisschen unter wasser erkunden können wo geht es denn nach hause hier ne blub blub ja das kann jetzt nur tausend jahre dauern aber ihr habt ihr geduld und wenn nicht dann spurt sie einfach vor aber aber dieser motto ist ein bisschen nervig würde ich sagen also ich weiß nicht wie ihr ihn findet in der aufnahme aber ich finde ihn schon ein bisschen nervig jetzt gerade wo sind wir jetzt hier müsste unser zuhause sein die betonung liegt ja auf müsste ah ja hier ist der block den wir vorhin platziert haben ok dann weiß ich wo wir sind dann platziert hier ein crafting table auf das seerosen platz so und bau einfach mal nochmal ein neues boot wir haben ja genug holz oh gott ja dann lass sie einfach mal da was solls finden wir eh wieder oder auch nicht es ist Mittag Mahlzeit so erkunden wir mal weiter ihr aber ich greife ihn nicht mehr an besonders nicht mit einem Bogen da könnte man super drive bei machen habe ich mir gedacht aber naja so hier ist der Dschungelbiom äh Dschungelbiom wir kommen ja auf Dschungelbiom ich meine Sumpfbiom hier ist wieder der Dschungelbiom im ersten Part habe ich ja gesagt es sei ein Dschungelbiom aber Dschungelbiom ist in der Wüste da habe ich echt gefällt was ich gesagt habe so und was finden wir hier ist hier ist Clay und nein Scheisserose hier sind ein paar Hühn合 ich habe Lust auf chicken wings habt ihr also auch schon rund chicken wings kommen ja genau geht ruhig deine eier wobei ja komm her ich bin dein freund ich bin dein freund ja komm her so nehmen wir jetzt mit dann lasse ich einfach mal mit der erkundung wir fällen hier nur gerade und machen das irgendwann später ich habe jetzt irgendwie lust auf das hühnchen mit das hühnchen mitzunehmen na komm ich habe hier lecker getreide für dich aber es wird langsam nach kommt ihr eilig kommt er eigentlich sonst kommen die bösen monster und die uns an den kragen wollen und so wo ist unser heim hier ist noch ein huhn ich will acht auf immer schnell heim bevor es nacht wird naja hier ist ein ding das wir angefangen haben zu bauen und wo sind wir jetzt muss ein muss zu hause in der nähe sein und es wird langsam nacht muss schnell rennen ist unser zuhause da hinten ja es ist gut getarnt hinter diesem wald hinter diesem wald ja das kann endlich die seerosenblätter verwenden die uns nur behindert haben beim erkunden bei unserem mini 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 erkundung und den den baum nicht noch wer nämlich damit der sieht ganz falsch aus muss der baum noch schnell mitnehmen bevor es nacht wird einmal zweimal und schnell rein rein ins stübchen mir fällt gerade auf es sind gar keine fackeln aber egal muss pennen pennen egal pennen hallo nein nix nix offen das kann noch lange dauern bis es nacht wird okay das war mit meinem das war wieder meine monster phobie meine monster panik akrylipix fudonadernagix dingsbums phobie ein paar neue felder bewirtschaften wir haben unseren apfel weg geschmissen das nehmen wir noch mit und das auch noch viel zack zack jetzt haben wir ja genug sammeln langsam und hätten wir uns auch langsam mal anfangen und seine farm zu bauen selber aus dem blätter für die mister sehr große alter ich war echt überheblich er über über eilig mit dem pennen gehen ja gut immer ein bisschen holz mit wollen muss den zweiten stock langsam bauen oder wollen wir unten unser ding weiter bauen dafür brauchen erde haben wir ja jetzt sagen genau kann man es ja machen einfach mal zack 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 so wo ist unsere spitzhacke spitzhacke hier habe spitzhacke jetzt haben wir hier ein rohes hühnchen und zuvor möchte ich noch pennen gehen sonst bauter monster na jetzt also geht doch vielleicht soll ich da ein glas ding hin machen damit wir immer sehen ob es tag und nacht wird der alles weg wäre keine dumme idee ich mach das mal schnell so hier quasi so ein sichtpunkt auf die sonne naja also besonders gut sieht es nicht aus ich mach es mal so vielleicht sieht es ja noch was aus ich habe keine ahnung aber das ist mein kürzt ach so jetzt wird dann alles durchbucht naja ok das kann durch sein ja es sieht gar nicht so schlecht aus oder wie findet ihr es doch vielleicht noch ein paar fackeln hin zwei stück zeit haben noch ein bisschen so zack und zack sieht ganz gut aus mit den rosen und so ne aber jetzt schlafenszeit ok guten morgen welt was machen wir jetzt hat wir haben hier so viel zuckerrohr da ist hier kein verkäufer wird wo man es verkaufen könnten naja aber egal machen wir uns ein bisschen schick wir haben noch drei minuten also drei minuten werde ich noch aufnehmen das können wir jetzt eigentlich zu machen das haben wir nur gebaut um besser die monster sehen zu können und das eisen holen und so und dann werde ich vielleicht auch noch eine treppe nach unten bauen oder eine leiter ich glaube die treppe sieht besser aus ok zack und zack so ist hier noch das dann abbauen so und jetzt kümmere ich mich um die decke zack 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 mal schauen ob das ist weil wegen meinen schritten und so die beunruhigen mich ja so die machen mich ganz claustrophobisch claustrophobisch versteht er claustrophobisch ich sollte es mit meinen witzen lassen ich sollte es mit meinem namen witzen lassen sonst komme ich noch irgendwo hin okay ja ist die ganz falsch aus zack 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 mitnehmen ich muss die erde mitnehmen und jetzt muss mir springen damit das beziehen können so ungefähr nicht so nicht so nein auch nicht so das ist falsch so genau so stelle ich mir vor hier noch danach jump 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 ich springe und baue gleichzeitig ein paar blöcke an die decke weil das so gut aussieht ist das lustig das ist der größte spaß verdammt das wollte ich gar nicht so wir können auch einen block platzieren und so viel um uns um immer draufsetzen ja hier ist am besten am besten so zack zack und weg damit das mitnehmen ja das nehme ich auch noch mit was soll es man kann ja nie genug blöcke haben blöcke normalerweise sag ich immer ressourcen aber das sind blöcke ja die treppe lassen noch bestehen die können wir ja noch später irgendwie integrieren damit es passt das sind nämlich wieder mit aber die treppe soll bestanden bleiben nein da so genau das hier wieder mitnehmen und schauen dass alles abgehält ist ne zwischendurch und das hier noch mitnehmen und das hier noch mitnehmen und das da und äh ich will den schädermot nobel testen schädermot ich blöcke mein block wert scharf 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 ja der schädermot ist ich weiß ob er auch drin ist also kann auch sein dass es mir nur vorkommt oder kann auch sein dass es in echt so ist also ich werde schauen ne aber ich werde vielleicht noch ein paar mods installieren noch ein paar weitere den schatten mods werde ich auf jeden fall im nächsten part drin haben wenn ich wenn es geht und ich werde auch wieder mit dem sound machen mods versuchen den reinzubringen ja und ja dann warum im nächsten part die den keller fertig und dann bis zum nächsten part servus